Als Produktdesigner reich werden, ja. Aktuell suchen wir noch einen Auszubildenden für den technischen Produktdesigner. Die Voraussetzungen für den technischen Produktdesigner sind einmal ein Realschulabschluss oder am liebsten auch ein Abitur bzw. Fachabitur in einer technischen Fachrichtung und natürlich auch dementsprechend das Interesse an der Technik. Zum einen lernt man als technischer Produktdesigner am Anfang erstmal das technische Zeichnen dann muss natürlich auch viel später die Technik vertieft werden. Also wird gelernt, was für Arten von Bohrungen, welche Möglichkeiten in der Fertigung haben wir. Als Produktdesigner reich werden, ja, könnte passieren, wenn du die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt hast und das dann auch dementsprechend gut umsetzen kannst, kriegst du es wohl hin. с Untertitelung des ZDF, 2020